Hallo liebe Erfolgsheldinnen und Erfolgshelden, mein Name ist Ina und ich bin Datenschutzbeauftragte und Datenschutzauditorin mit TÜV Rheinland Prüfter Qualifikation. Und hier empfehlen zu einer Erfolgsakademie die beratende Seele rund um das Thema Datenschutz. Nehmt gern Kontakt mit mir auf, wenn ihr Fragen habt. Ihr findet meine Kontaktdaten hier im Member-Bereich bzw. unter www.datenschutzspezialistin.de. Und wenn du mit deinem Business noch in den Kinderschuhen steckst, dann denk daran, dieses von vornherein datenschutzkonform aufzubauen. Warum? Weil die Datenschutzgrundverordnung eine gesetzliche Verpflichtung ist, der du als Unternehmer, als Unternehmerin nachkommen musst. Zum anderen schützt sich das später mal vor viel Ärger, Abmahnung oder Zeitaufwendung, wenn du den Datenschutz erst später einführst. Und wenn du schon im Big Business unterwegs bist und fett Schotter verdienst, dann setzt die Datenschutzgrundverordnung erst recht um. Zum einen, weil die Abmahnungen sehr hoch sein können. Also sie werden am gesamtunternehmerischen Umsatz bemessen, unter anderem. Und Punkt 2 wäre es sehr ärgerlich, wenn beispielsweise deine Geschäftsdaten abhanden kommen und somit dein Geschäft stillsteht. Ja, und wie ihr das von Felix gewohnt seid, habe auch ich meinen Erfolgsgutschein für euch. Gemeinsam mit euch checke ich eure Website durch zum Thema Datenschutz. Ja, hier unten könnt ihr den Erfolgsgutschein buchen. Ich freue mich auf euch. Herzlich, eure Ina und ich gebe mir jetzt die Einwilligung für diesen leckeren Cookie.